So, hey, scusen, gentlemen, ich komme hier zurück zu Super Meat Boy. Da ich echt keine Ahnung habe, wo dieses Drecksding ist. Da ist es auch nicht, oder? Nee, 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 das ist nirgendwo, keine Ahnung. Ai, ai, ai. Ja, hättest du die Güte? Ich will nur unter wenigstens, ich will wenigstens die Note Sternchen haben. Oh Gott, oh Gott. Ist das nicht irgendwie so einfach, dass ich jetzt einfach hier irgendwie reingehen muss? Nee, 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 ganz ehrlich nicht. Okay. Yeah, und es ist keine Note A Sternchen. Interessiert mich nicht. Dummes Level, hasse es. Oh, oh, oh. Wie wäre es einfach mal mit nicht springen? Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Warum springt der denn? Warum muss der denn mit so Schmackes abspringen? Oh, nicht Note A Sternchen. Verarsch mich doch. Oh, das war, glaube ich, das dümmste, was ich jemals machen konnte. Wahrscheinlich. Äh, wie bitte? Äh, was? Ist ja lustig. Äh, das ist ja lustig. Äh, hä, hä. Äh? Oh, 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 oh. Es ist ein, ist ja zum, ist ja zum, ist ja zum Beunen. Oh nein, 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 nein. Oh. Nein, 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 nein. Verdammt, das, das war jetzt, das war jetzt zu viel. Hä? Alter, ist. Ich mach was schlecht. Ja, natürlich, klar. Ah ja. Das Geheimnis ist gelüftet, meine Freunde. Und wie, und wie, und wie? Wie, wie soll das denn schon wieder gehen? Wie soll das denn schon wieder gehen? Das hätte schon wieder für mich schon wieder. So, unrealistisch schon. Ah ja. Ah ja, okay, verstehe. Verstehe. Naja, eigentlich verstehe ich wirklich nicht. Ach so, jetzt hätte ich schon mal Raketen auf mich geschossen. Wow. Interessant. Ah ah. Uh. Das war ein bisschen tricky. Ah, und ich laufe halt noch echt rein in diese dumme Rakete. Ne. Oh Gott, und dann springt dieser, äh, dämliche Sack nicht. Oh, daneben. Ist sie zielverfolgend? Oh ja, tatsächlich. Sie tut sogar tatsächlich ein bisschen zielverfolgen. Oh, je. Äh. Äh. Äh, äh, ja, falsch. Aber das riecht danach, als wenn hier irgendwas wieder ist. Nö, gar nicht mal. Okay, los. Also das, ich wollte einfach mal einen Kopfball. Ich wollte einfach mal eine Rakete Kopfballen. Oh, wow. Oh. Oh. Ah, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Es ist ein fassbarer, ah, je. Nö. Nö. Bandage. So macht man das. Oh, oh. Nö, das ist kein Teleport, Mann. Du dämlicher. Und das, und da geht's auch nicht runter, ne? Aber ey, gib mir mal eine Chance. Easy. Oh, wow. Oh. Passt schon. Einfach, einfach. Oh. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Mmh, perfekt. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Okay. Ja, das geht doch eigentlich alles ziemlich. Oh je. Zwar kein A+. Los, aber immerhin. Wupp. Oh. Oh, wow. Das, oh ja. Das war gut. Oh mein Gott. Mmh, sehr gut. Sehr gut. Oh, oh. Oh, was? Oh, was? Oh, warte mal. Ah, ich verstehe. Okay. Oh nein. Oh. Nicht so feilig. Oh Gott. Oh, du springst vorbei. Oh mein. Er springt vorbei. Er springt vorbei. Hihihi. Er springt. Er springt. Wie denn? Oh oh. Ja, das war er. Oh Gott. Wirklich. Du bist doch so ein Depp. Ja, so kann man es auch machen. Ja, ja. Sehr gut. Also echt so dämlich. Oh mein Gott. Da kriege ich doch. Ey, da springe ich jetzt immer dazwischen. Ey, es ist unfassbar. Ich springe auch immer. Ich springe auch immer in diese Dämlich-Raketen rein. Ey, der ist unfassbar. Ja, mein Gott. Ne, ist unfassbar. Ja. Tja, was mit den Raketen? Ah ja, jetzt hat die Rakete mal geschossen. Oh. Was muss ich denn machen? Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Und wie soll ich jetzt da hochkommen, bitteschön? Ernsthaft? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, jetzt verstehe ich. So. Bandage geht. Huhu. Okay. Oh, warte. Was muss ich jetzt machen überhaupt? Wahrscheinlich in dieser Rakete springen. Alter, bist du eigentlich ein Mongo? Ich denke schon. Es ist unfassbar, ey. Das kann es nicht sein. Das gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Ne, es kann es echt nicht sein. Oh Gott. Oh Gott. Mir hat echt über Züng geschissen. Ja, definitiv. Hirn erfolgreich amputiert. Was weiß ich, währenddann. Ey, ich kriege echt gleich so einen Nervenzusammenbruch. So. Nervige Scheiße, ey. Oh, geht's nicht. Ich hoffe, man kann jetzt nicht irgendwie noch sterben. Stellen wir uns heute dummer an, Mr. Ben. Ne, ich kann nicht mehr. Für heute ist Schluss. Ich bin schon so auf dem Limit. Ne, warte. Wo sind wir? Muss ich mir gleich mal die Karte anschauen. Ja, ja, ist okay. Boss bereit. Verbände, vier von zwanzig. Was? Wie bitte? Wollt ihr mir erzählen, dass in jedem Level zwei Verbände drin sind? Komm, verarscht mich nicht. Ernsthaft. Oh. Nein, in jedem ist einer drin. Das ist auch unlogisch. Okay. Gut. Vielen fürs Zuschauen. Ich heiße, wenn ihr mit mir im nächsten Mal bei Super Meat Boy mit mir dabei seid. Mein Name ist Föhn, der Sack für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.